Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, äh, ich weiß jetzt gerade echt nicht wohin. Die Markierung hier, der Wegweiser, der zeigt, äh, irgendwie in komische Richtung, ne? So, wenn wir hier sind, hat der Feuer in Dachem gezeigt. Wo, also, warum auch immer. Wir müssen jetzt aber, äh, nach New Atlantis, habe ich schon vorhin gelesen. Also, die Werbung hier geht mir so auf mich. Doch, der jüngste Zwischenfall lässt die Rufe nach einer strengeren Regulierung der Checker Allianz lauter werden. Die Allianz veröffentlichte ein Statement, dass das Vorgehen gerechtfertigt gewesen und niemand will es sich ändern. Die Erfahrung zeigt, ihr habt nur eine Frage, der es leicht ist, bis es zu einem Tragikusverkauf. Das ist definitiv ein Warnsignal. Lass bloß schnell weg. So, und, warum müssen die, warum labern die so viel? Die sollen mal die Fresse halt nicht, will ich hier die Nachrichten hören, ja? Wofür zahle ich, äh, für die Öffentlich-Rechtlichen? So, okay, wir wollen jetzt weiter. Wir wollen nach New Atlantis. Mein Geduldsfaden ist dünn. Also halt besser die Klappe. Ach, halt gut die Klappe. So. Wir haben aber auch ein bisschen mehr Platz im Hintergrund. Wird auch jetzt eben, wir sind jetzt wahrscheinlich nah genug am Dingens. Äh, so. Äh, fast mal um. Wird ich ein paar Sachen von hier erstmal vielleicht so einlagern. Ach, da kommt, den können wir auch da einlagern. So, Anzüge, das können wir einlagern. Die können wir einlagern. Rucksäcke, das und das. Kleidung, da haben wir auch schon mittlerweile sehr viel. So, Weltraumschul. Obwohl, der gefällt mir. Packen wir das mal weg und das auch. So, ähm, was haben wir noch, was eingelagert werden muss? Das ist ja eigentlich alles. Wenn wir alles weg. So, haben wir eingelagert. So, hat er neue Schiffe. Kann das sein, dass das ein neuer Charakter ist? So, Responder wollen wir nicht. Falcon 2. Achilles 3. Markwood 2. Venture 2. Sieht auch nicht schlecht aus. Warfare. Nee, das sind keine Schiffe, die ich haben wollen würde. Ob das Outfit behalten wir jetzt erstmal an. Das sieht geil aus. Und, äh, was Musik und so, also In-Game, Soundtracks und so weiter angeht. Ich hab das irgendwie noch immer nicht lösen können. Ich weiß aber auch echt nicht, woran das liegt. Ich muss hier ehrlich sagen. Also, kein Plan, kein Trimmer. Ich hoffe, äh, Bethesda kriegt das Gepäck. Weil mir fehlt die Musik. Wirklich, also, das ist ja langweilig, so ohne Musik. Das kann nur ein Bug sein. Ich liebe es im Orbit. Willkommen im Freestyle-Raum. Wir scannen kurz auf Schmuggelware. Dann kannst du weiterfliegen. Ja, ich will nur weit, ich will selber weiter. So, ich will dahin. Fertig. Viel Spaß im Neon. Ja, ich komme gerade von Neon. Hier, das sind kurze Momente, wo Musik kommt. Das ist ja, ich will auch mal einen. Das ist ja ein sauberer Sprung. Du befindest dich im UC-Raum. Kurs beibehalten, während wir noch Schmuggelware scannen. Ja, scannt ihr mal eben. Scan abgeschlossen. Du kannst landen. So. Ich kippe dich nach New Atlantis. Da müssen wir hin, da wollen wir hin. Geschichte der besiegelten Systeme. Solldatum 2308 bis 2311. Zwischen dem Freestyle-Collective und den United Colonies tobt der blutige Kolonie-Krieg, aus dem letztendlich das Freestyle-Collective als Sieger hervorgeht. Ja. Okay, wollen wir los. Boah, ich mag den Anzug. Der sieht aber echt cool aus. Vor allem auch total in meinen Farben. Schwarz und Rot. So, diese Stille gefällt mir echt nicht. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Mit dem Ton, da muss man irgendwas ändern. Da muss man irgendwas machen. Ich muss wirklich mal nachher nochmal recherchieren. Vielleicht gibt es da mittlerweile ein Bugfix oder sowas. So, wir könnten hier reden oder wir könnten da hinten rum und infiltrieren. Wir nehmen den Weg. Ansonsten, ich müsste schauen, dass ich hier vielleicht die In-Game-Musik selber nochmal irgendwie rein editiere. Ich glaube, ich schaue mal wirklich, dass ich die Musik vom Spiel selber, den ganzen Soundtrack selber rein editiere. So, das ist unsere neue Waffe auch. Okay. So, aber ich bleibe lieber bei dem. Erstmal. Wo muss ich hin? Ich muss hier entlang. Optional manipuliere die Waffe, um den Ventilator abzuschalten. Sozial. Also, genau. Erstmal so. Manipulieren, 100%. Kunstfass. Okay, ich muss hier entlang. Glaube ich. Ich glaube, ich muss hier entlang. So, da haben wir schon das Erste. Und Credits. So, Wartungsprotokoll. Unmittelbare Maßnahmen erfordert. Die Inspektion folgenden Systeme ist über Fertigkeitssystem. Bei Fragen zu diesem Protokoll bitte an Operationsmanager Sepp Omanu wenden. Schusssysteme. Die folgenden Systeme befinden sich in kritischem Zustand und erfordern unmittelbare Maßnahmen. Achtung, Systeminspektion ist 279 Tage überfällig. Hälsanlage, UC-Standard, Gaseinheit, Modell G6 LPM. Bezifffsist Status, System deaktiviert. Druck hoch. Achtung, Systemaktivierung nicht empfohlen. Sind Sie sicher? Ja. Achtung, Gas weg. Alles nicht essentielle Personal muss das Gebäude verlassen. Bitte den nächsten Ausgang nutzen und den Notdienst kontaktieren. Ich glaube, ich muss da nach. Ich glaube, das könnte vielleicht uns nach unten führen. 279 Tage überfällig. Alter, was? Ich sehe gerade auch nicht, wo ich lang muss. Ah, doch. Ich glaube, ich sehe es schon. Das sieht sehr sinnvoll aus, der Weg. Also, ich bleibe lieber hier in diesen Lüftungsgängen. Alter, was? Sieht heftig aus, finde ich. Dann wieder zumachen. Oh, da war jemand. Dann findet ihr Security. Ich speichere einmal mit Schnellspeichern. Nur, um sicher zu gehen, dass wir hier auch wirklich unentdeckt bleiben. Ernsthaft? Ah, ich wollte schon sagen. Oh, da ist jemand. Und da muss ich hin. Wer soll da rumgehen? Äh. Wieso war er jetzt hier? Wieso war er jetzt hier bei mir? Jetzt habe ich ein Problem. Schadgas, ja. Ich fülle mich hier aber auch schnell weg. Äh. So. Der könnte hier reinpassen. Der könnte hier reinpassen. Der könnte hier reinpassen. Dann würde ich... Dann machen wir den hier hin und den hier hin. Dann machen wir den hier hin und den hier hin. Dann machen wir den hier hin. Schnell wieder zu. Dann sind wir aus dem Gas weg. So. Er ist ein Computer. Uh. Machen wir einen Creadstick. Stift wollen wir nicht. So. Okay. Der passt hier rein. Der passt hinten. Der passt hinten. Okay. Also mit dem und dem müssen wir das irgendwie gelöst kriegen. Das heißt der. Und der. So. Haben wir. Haben wir geknackt. Oberstilprogramm. Arbeitsplatz. Fertanzpräsentation. Marketing. Optional. Kommende Werbekampagne. Neu Produkte. Budgetüberprüfung. Status. Tagesordnung. Statusbericht. Budgetüberprüfung. Jahresendprognose. Vorgesehene Entlassungen. Und Versetzungen. Nachrichten. Will ich mir jetzt auch nicht alles geben. Gibt es hier eine Möglichkeit irgendwo nochmal durch den Lüftungsschapel oder so abzuhauen? Okay. Wie machen wir das? Okay. Wie machen wir das? Ich kann nicht mal erkennen, in welche Richtung der guckt. Der guckt in die Richtung, der guckt nach links. Noch einmal schnell speichern. Okay, hier bin ich jetzt einigermaßen wieder sicher oder wie? Ah, okay. Perfekt. Ah, und die Regeneration geht wieder los. Nice. Da vorne haben wir den nächsten. Wir müssen aber da rein. Nee, wir müssen nicht da rein. Wir müssen hier rein. Und noch weiter runter. Fällt mir gerade gar nicht. So, hier mache ich nochmal kurz schnell speichern. Und ich bin sofort wieder da, ja? So, und da bin ich wieder. Für euch war das jetzt nur ein kleiner Cut. Ich habe gespeichert. Ich weiß jetzt aber nicht, wo der... Da ist er. Nein. Sozial, manipulieren. Der soll nach da hinten hin. Damit wir hier entlang können. Sozial, manipulieren. Der soll nach da unten. Ja. So, okay. Wie weit muss ich noch runter? Wie lange bleibt er noch so? Okay, der kann mich jetzt nicht mehr... Muss dann nach... Irgendwie... Oh. Hier hinten. Hier kann ich hin. Ist hier irgendjemand? Ich muss mich einmal kurz... heilen. Irgendwo hier ist wahrscheinlich eine Kamera oder sowas, die mich sehen könnte. Ich erkenne auf jeden Fall nichts. Aber hier ist irgendwo irgendwas, was mich erkennen könnte. Ah, er. Verbrennungen erlitten. Okay, hier müsste jetzt Schutzregeneration losgehen. Jetzt müsste das Gelbe gleich wieder weg sein. Ja, jetzt ist das Gelbe, wenn ich da meine Lebensanzeige. Da muss ich hin. Hi, da muss ich doch hin. So, hier bin ich sicher. Bin mir aber nicht sicher, wo ich hin muss. Da hinten, die haben mich gesehen. Verdammt. So, lade ich dann nochmal und dann mache ich jetzt meinen Energy off. So. Ja, jetzt ist nur die Frage, wo muss ich lang? Das Spiel ist abgeschmiert. Verdammt, ich bin sofort wieder da. So, und da sind wir wieder. Äh, ja, das Spiel ist mir gerade abgeschmiert. Warum auch immer. Also, genau, wir müssen den Bildchen nehmen, glaube ich. Und können hier wieder zumachen. Nein, falsch. Ich muss in die Richtung machen. Aber hier zu. Und hier wieder auf. So. 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 Sozial. Äh? Manipulieren. Sofa. Der soll sich da hinsetzen. Verdammt. Nein. Muss ich jetzt nochmal laden. Schmieren. Bitte nicht nochmal abschmieren. Bitte. Es war nicht so schön, als es abgeschmiert ist. Hier kommt jetzt Musik. Also, ich habe gerade sonst keine Ahnung, wo ich hin müsste. So. Der soll sich bitte wieder hinsetzen. So. Jetzt sitzt er. Fast hätte er uns entdeckt. Warte. Das speichere ich auch noch mal schnell. So, der soll sich dahin begeben. Der soll sich bitte dahin bewegen. Und nicht mir hinterherlaufen, bitte. Nein, hör auf. Dahin, wieso? Weh, der läuft mir jetzt hinterher. Bitte, sei da mit der Manipulation jetzt vorbei mit ihm. Der soll bitte dann nach da oben Manipulation und dann nach da oben, bitte. Ja. Okay, er ist funzt. Es läuft. Wir haben es geschafft. Ohne entdeckt zu werden. Also, okay, es stand, dass wir entdeckt wurden, aber es war im grünen Bereich, das entdeckt. Nein! Warte, wir sind noch nicht. Jetzt! Jetzt wurden wir entdeckt, verdammt. Das heißt, wir müssen noch mal laden. Durch einen höheren Außenposten-Verwaltungskill kannst du mehr Crewstationen bauen. Okay, der hat uns gleich ein Visier. Oh, das sieht sehr sicher aus. Perlung erlitten. Perfekt. Gibt's hier irgendwas, wo ich ihn nicht schicken kann? Okay. Okay. Er soll bitte dort bleiben. Bin ich auf der falschen Seite? Ja, ich bin auf der falschen Seite. Aber wir sind schon mal hier. Nochmal schnell speichern. Das ist wichtig. Oh. 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 Kann ich noch mal jemanden hier... Scannen. Nein, nicht scannen. Äh... 44... Oh. 44. Wie viel, äh... Welchen Level haben wir? 38. 6 Level über mir. 36. Die Person könnte ich... Robotik. Ich könnte mit dem Scanner Robotik hier... Was ist denn das da? Wir schaffen den Neural-Amp-Prototypen. Sozialen... Äh. Sozialen manipulieren. Was? War das eine gute Idee? Es herrscht Alarm. Ich lade vielleicht nochmal, weil... Klingt gerade nicht gut. Ja. Wenn hier Alarm geschlagen wird. So. Ich muss noch da hin. Jetzt ist noch gar kein Alarm. Aber wie komme ich da hin? Oh. Ich könnte... Hier so drauf. Bringt mir das was überhaupt hier entlang zu gehen? Ich hatte eine gute Idee, was ich hier mache. Ist eine Sackkasse. Wohl von hier... Ich hätte... von hier hier rüber kommen. Ja, okay. Ich war schon auf der richtigen Seite. So, gut. Dann schleifen wir uns weiter in die Richtung. Ich spiele auf. Ich spiele das. Ich kann keinen Robotik mit dem machen. Kann ich den irgendwie deaktivieren? Verdammt, wie komme ich da vorbei? Jetzt ernsthaft. In seltenen Fällen können extremophile Lebensformen auf anderweitig unbewohnbaren Planeten oder Monden gefunden werden. Das war auch keine gute Idee. Wie mache ich das jetzt? Hauswarum führt mit dem Kreuzzug der Schlange eine mit unverholener Gewalt ausgeübte Kampagne gegen alle anderen Fraktionen im besiedelten System. So, kann ich den noch irgendwie? Irgendwie sozial? Wird wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr funzt, ne? Wie mache ich das jetzt? Wie mache ich das jetzt? Ich könnte versuchen von da, da rüber und dann zu diesem Lüftungsschacht zu gehen. Hier zu dem da. Könnte aber schwierig werden. Wie viel brauchen wir noch für die nächste Stufe? Wir sind gerade mal bei der Hälfte, Level 38, die Hälfte bis zu 39. So, wie kriegen wir es denn da hinzukommen, damit wir da hin können? Nein. Ja. Oh. Das sieht aus, als könnte man das hier aufmachen und dann da rein. Wir hatten ja vorhin eh gespeichert. Ich versuche mal so. Oder? Ne, Robotik funzt hier so nicht. Warte mal. Okay. Wir sind ja eh jetzt erstmal noch so. Ich gucke mal. Hier gäbe es die Möglichkeit. Ich gucke erstmal. So. Wir werden hier eh gleich laden müssen. Wenn die jetzt. Dann kommen die mehr hoch oder wie? Ich kann kein Buß nutzen? Was ist jetzt los? Ich wollte schon sagen, ich konnte kein Buß nutzen. Wohin hätte das geführt? Ernsthaft? Das war der bessere Weg? Das war der Weg. Okay, damit ich fürs nächste Mal Bescheid weiß. Hier hätten wir lang gemusst. Ich schau mal, dass ich diesen Weg irgendwie hinkriege. Weil von hier aus könnten wir rein theoretisch auch den Dings hier klauen. Ja, okay, geschafft. Ich speichere hier auch nochmal, aber diesmal lieber so, neben den untersten. Wir haben jetzt sehr lange nur auf 38 gekriegen, kann das sein. Alles gut, ich sehe ihn hier nicht. So. Das hier ist der Weg. Bis jetzt sind wir unentdeckt, also in diesem Speicherstand. Das hier ist der Weg. Guckt mal, gibt es hier noch einen Weg da rein? Ist hier jemand? Wer hat mich gesehen? Wie hast du mich gesehen? So, von wo hat er mich gesehen? Jetzt ist er, von wo hat er mich gesehen? Also von wo kam der denn? So, ich mach nochmal den. So, dann gehen wir gleich nach da vorne. Warte mal, ich könnte vielleicht, hab ich was gegen, ne, ich hab nichts gegen diese Verstauchung. So, das heißt dann, hier nochmal kurz schnell speichern. Und dann machen wir zuerst das da, weil er näher ist. Und da gibt's Loot. Ne, die nicht. Aber das nehmen wir mit. Und das. Und, uh, da ist die Karte. So. Oh, was hier? Programm. Arbeitsplatz. Aktive Projekte. Robotik. TR. Äh, Verbesserung der... Ja, Raumschiff. Nee. Mehr hat's nicht. So, okay. Das jetzt nochmal speichern. Und nochmal ganz kurz gucken. Da vorne sind sie, aber mit dem Rücken zu mir noch. Äh, der eine nicht mehr. Mach mal zu. So. Hier auch noch einmal. So. Was zur Hölle was? Wer hat das? Ich schlage Alarm! Wer hat mich gesehen? Na jetzt ernsthaft, wer hat mich jetzt gesehen? Besidee den Inneniuszlern. Das hat Pfellungen. Da haben wir einen. Der sieht mich wahrscheinlich. So, okay. In dem Moment, wo der dann... Ja. Jetzt bitte nochmal wegdrehen. Gleich zumachen. Kann ich die Dinger irgendwie wieder deaktivieren? Gibt es hier sonst noch was? Ich schlage Alarm! Wie? Wie hat der mich jetzt entdeckt? Von wo kommt der denn jetzt her? Ernsthaft? Von wo kommt der? Immerhin weiß ich, wie ich da reinkomme. Aber von wo kam der? Von wo kam der? Ja. Das macht ja sehr, sehr cool. Ich wollte mich wieder auf die Dinger laufen. Dann wird nach einer losり, die hier sind. Ich weiß nicht, ich sollte mich da auf der Dinger nehmen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie war, und ich weiß nicht, wie war gar nicht. so jetzt muss ich ganz sicher sein da kommt jemand okay keine ahnung wo warum der hierher kam wahrscheinlich hat er gesehen dass hier offenbar aber ich weiß wie ich hier reinkommen und ich weiß dann zumindest dass er von hinten rein kommt oder ich habe eine idee ich mache das einmal auf oder warte da müsste doch gleich irgendwann der typ auftauchen ich habe keine ahnung von wo der gleich kommt oder können wir rausfinden so ich mache jetzt einmal auf so all die karte so das ding ist offen und ich verstecke mir mal irgendwo da kommt einer und der geht jetzt rein guckt sich das an da muss ich auch rein warum bin ich jetzt aufgestanden aus versehen ist er noch drinnen oder ist er schon gegangen ne der ist noch drinnen so manipulieren darin bitte das hat mir jetzt eher weniger gefallen dass er geschossen hat okay der hat sich wieder beruhigt wieso kommt er jetzt auf einmal der nächste mit dem kandidat nicht machen verdammt warum kam der jetzt hierher jetzt wurde entdeckt so okay wir können den aber auch woanders hin locken 30 sekunden haben wir ja mit dem neuro m das heißt wir können nachdem wir es aufgemacht haben ihn einmal manipulieren dann vielleicht da hin locken oder so aber der dürfte eigentlich nicht hier hinkommen wenn wenn das gar nicht auf ist schnell rein oder ich gucke mal ob es hier noch andere versteckmöglichkeiten gibt nachdem nachdem ach alsobeländungssteuer второй sonn nachdem 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 ich will das schon richtig hinkriegen nachdem nachdem keine nachdem nachdem dsad es tut mir leid dass ich so viel am nachladen bin also nachladen im laden bin warte mal da hieß ja wenn ich ein von den übernehmen gehört das ding dann mir da kommt gleich einer ich kann da nicht hin ohne entdeckt zu werden aber der kann sich so kann ich jetzt nicht übernehmen so kann ich ihn nicht übernehmen jetzt gerade warte mal ich lade nein keine automatisch speichern ich glaube man das hier ist jemand wütend auf den du besser nicht erzündet ist dann für ein tag okay dann machen wir ab hier nochmal selbe strategie der kommt gleich um das ding da beobachten so und dann würde ich hier jetzt einmal richtig speichern so weil wir jetzt den sabotieren können um das ding einzusammeln dann will ich ja hinkriegen so karte ist drinnen der eine typ kommt da jetzt gleich und den können wir dann nutzen um das ding da einzusammeln da kommt da kommt da ich kann den komischerweise aber nur scannen warum manipulieren und das macht dieser charakter nicht dann habe ich jetzt ein problem wie wie machen wir das jetzt dann ich dachte wir könnten ihn nutzen um das ding da einzusammeln warum nimmt er dort nicht warum macht dieser charakter das nicht dass wir jetzt noch mal hier sabotage beschafft den neuräum dass es kein das nicht optional der musik beschaffen So, schnell rein. Ich hoffe, der kommt da jetzt. Schafft es jetzt. Hast du das gehört? Da bewegt sich einer. Okay. So, wir sind drinnen. Der kommt hier nicht rein. Ich speichere das auch noch einmal separat. Hier nehme ich mal alles mit. Gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit, hier das Licht auszuschalten oder so? Was haben wir denn da? Persönlicher, digitaler Bilderrahmen. Was ist das? Schalter? Ah! Okay, wir haben das Ding. Und es herrscht Alarm. Auch noch einmal will ich das separat speichern. Hast du was gehört? Eröffne Feuer! Ich schlage Alarm! Das laden wir auch noch einmal. Ah, herrlich. Herrlich, herrlich. Es herrscht schon Alarm, aber... Mir wäre es lieber... Ich gucke mal, vielleicht durch den Weg. Die sind jetzt alle wahrscheinlich hier hinten. Okay, hier ist auch keine gute Idee. Wie komme ich hier raus? Wie komme ich hier raus, ohne entdeckt zu werden? Vielleicht dadurch. Ich gucke mich. Okay. Hier kommen wir erstmal gar nicht raus. Okay. Das hat mir sehr viel gebracht. Gibt es noch einen anderen Weg? Das eine war jetzt nur für hier. Kann ich das wieder zumachen? Wie sieht es denn hier jetzt aus? Ich schlage Alarm! Nein! Ich lade noch einmal. Wenn ich da jetzt aufmache und dann da hoch springe, kann ich mich dann irgendwie verstecken, weil die kommen dann rein, können sich da einmal umsehen und dann finden die mich nicht mehr. Hä? So. Die sehen sich hier dann um. Aber ich kann von hier aus jetzt nichts sehen. Ich speichere hier auch noch einmal separat, weil... Was zur Helle war das? Ich glaube das war keine gute Idee. So. Wie mache ich das? Das muss ich doch irgendwie lösen. Ach, leck mich doch. Was? Ich brauche Deckung, Feuer! Ich versuche! Wo waren das, äh... Dingens von wo ich rauskam? Mach die Platz! Mach die Platz! Wumme! Mach die Platz! Weg mit der Waffe! Aufstatt auf Hilfe! Tja! So. Und hier dürfen die mich jetzt nicht erkennen, ne? So. Hier dürfen die mich jetzt nicht erkennen, ne? Kann ich davon wieder zumachen, dass die nicht hierher kommt? So, ich mach hier einmal zu. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge ergreifen wir hier die Flo. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Maxideus und ciao. Ich bin's, euer Maxideus.